Musik Der Prudente Kommunikationspreis 2011 Heute lernen wir Zahnärztinnen und Zahntechniker kennen, die sich ihre ganzen eigenen Gedanken gemacht haben darüber, wie wir die Menschen mehr zu dem Thema Zahngesundheit bringen können. Überzeugt hat die Idee von Dr. Manfred Joß in der Kategorie Interaktiv. Ganz unter dem Motto, gesunde Ernährung gleich gesunde Zähne, steht seine jetzt preisgekrönte Aktion. Der Zahnarzt hat die Errichtung von Trinkwasserspendern in drei Schulen in Ravensburg initiiert. Die Vernetzung, wie wir es ja jetzt merken, wird immer, immer wichtiger und damit auch die Verantwortung für die Allgemeinheit. Und mit dieser Verantwortung, das ist ein Pfund, mit dem können wir auch Öffentlichkeitsarbeit breitenwirksam machen. Und ich hoffe, dass ich in diesem Sinne gehandelt habe, auch im kollegialen Sinne, auch im öffentlichen Sinne von Prudente und möchte mich dafür nochmal herzlich bedanken. Der beste eingesandte Printbeitrag stammt von der Zinser Dentaltechnik GmbH. Mit sorgfältig aufeinander abgestimmten und ineinander greifenden PR-Maßnahmen hat das Unternehmen auf sich und seine Leistungen aufmerksam gemacht und die Jury überzeugt. Kommunikation ist alles. Also wenn man sein Produkt nicht vermarkten kann, dann ist das nichts wert. Gregory Burns sagte das mal sehr schön. Man kann die beste Idee der Welt haben, wenn man keinen anderen davon überzeugen kann, dann ist sie nichts wert. Und so sehe ich Kommunikation. Also zentraler Mittelpunkt unserer Firmenstrategie. Deswegen freut es mich auch so sehr, dass wir den Preis gewonnen haben und damit ja auch unsere Arbeit gewürdigt, gewertschätzt wird. Vielen Dank.